Lust auf einen Calzone-Schneemann? Dann seid ihr hier genau richtig. Perfekt für die Weihnachtszeit und ich finde eine sehr coole Idee. Hierzu benötigt ihr nur zwei Pizzateik XXL. Diese öffnet ihr, rollt sie aus, legt sie übereinander. Wenn ihr das gemacht habt, schneidet ihr euren Schneemann hier heraus. Danach tut ihr das Oberteil weglegen, schneidet euch eine Zwiebel. Ihr könnt natürlich auch andere Zutaten nehmen. Ich habe dann Pizzasauce darüber gegeben, die Zwiebeln darüber gelegt, den Schinken darüber gelegt und die Beberoni-Salami. Wenn das gemacht ist, nur noch den Pizzakäse darüber geben, das Oberteil darüber legen, gut an den Seiten verdrücken, dann für gut 10-12 Minuten in den Ofen geben, bis eure Pizza fertig ist. Dann schwarze Oliven nehmen für die Augen, für den Mund und für die Knöpfe eine Karotte und Tomate Mozzarella für den Hut und den Schal. Und dann könnt ihr auch nur noch anrichten und es genießen.